Hier das ProBoot River Jet und hier das ProBoot Jet Gym. Beide Jetantriebe, das fahren wir mal ab. Jetzt kämpft sich doch die Welle wieder nach oben. Hier am Ostrad River schafft es den Weg wieder hier rauf. Es kommt mit vollem Schwung an. Das ProBoot Jet Gym. Jetzt tauschen wir mal gegen das Größte. Und hier mit Vollgas. Das ist ja ein Jetboot. So, jetzt tauschen wir mal gegen das Größte. Da ist eigentlich viel mehr Präsenz auf dem Wasser. Hier am Wasserfall. Hier sieht man ganz toll den Jetantrieb jetzt mit etwas mehr Schwung zum Wasserfall. Ja, gefährliche Missionen. Kommt noch einmal ganz weg und kommt wieder her. Kämpft sich hier am Ostrad River entlang. Schon weit weg. Kaum noch zu sehen. Aber für das Boot überhaupt kein Problem. Ganz locker und souverän. Kommt angefahren. Einmal mit Schwung vorbei. Und einmal noch für die Galerie ganz gemütlich. Ganz langsam. Schön drehen. Einfach ein volles Jetboot. Man sieht den Jetantrieb. Und ganz langsam noch zurück. So, das war's schon wieder. Schönen Sonntag. So, das war's schon wieder an. med irregular der feet. Absolut. benный Moaning.